Gleich. Erik ist wieder da. Nur ein Ex? Vielleicht können Erik und ich einfach nur gute Freunde sein. Oder gibt's auch Sex? Sie haben Ihre Hormone nicht unter Kontrolle. Schmidt will's wissen. Haben Sie oder haben Sie nicht? Wer so beschränkt ist, der wird von einer Frau nie was anderes bekommen als Sex. Gibt's ja noch was anderes? Nicola. Nicola. Gleich. Mein RTL